Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Und zwar habt ihr sicherlich schon am Thumbnail oder am Titel gesehen, worum es geht. Nämlich geht jetzt ab diesem Moment, wo ihr das Video seht, ich bewerte eure Zoos los. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Zoos mir per E-Mail einschicken. Unten in der Videobeschreibung steht die E-Mail-Adresse. Da steht auch, wo ihr das Savegame findet, also euren Speicherstand und so weiter und so fort. Also ich schreibe da so eine kleine Anleitung für euch rein, damit ihr das auch hinbekommt. Das Ganze werden wir handhaben wie in Jurassic World Evolution. Also ihr schickt mir eure Zoos ein, ich werde dann als Besucher sozusagen einmal durch eure Zoos gehen, sie erkunden, sie mir anschauen und dann am Ende eine kleine Bewertung da lassen. Alles wie gehabt. Ansonsten, ach, was noch wichtig ist, genau, schickt mir nur Sandbox-Zoos ein. Also ich denke mal so Franchise-Spielstände, ich weiß gar nicht, ob man die findet in dem Ordner oder sowas. Die braucht ihr mir nicht schicken, weil die werde ich nicht starten können, weil das ist ja alles... Ah, ihr wisst, was ich meine damit, denke ich, ne? Also schickt mir, wie gesagt, nur Sandbox-Spielstände ein, falls ihr welche habt. Ob das jetzt ein Motto-Zoo ist, ob das einfach irgendein Zoo ist, euer erster Zoo und sowas spielt keine Rolle. Er muss auch nicht perfekt sein oder so, sollte jetzt aber nicht einfach hingeklatscht sein. Das wäre natürlich auch ein bisschen Fail dann. So ein bisschen Mühe solltet ihr schon investiert haben. Aber ihr müsst jetzt nicht irgendwie tausend Stunden da rein investiert haben. Und er muss auch nicht perfekt sein, weil, ja, ich setze es nicht voraus. Ich bin einfach froh, wenn ich eure Zoos mir angucken kann und ihr seid hoffentlich darüber auch froh. Ich werde mir da auch sicherlich die ein oder andere Inspiration oder sowas holen. Also da freue ich mich schon mega drauf. Und ja, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein und schickt mir eure Zoos. Ich wünsche euch noch einen Tag.